Hi liebe Vogelfreunde und willkommen zurück auf dem Kanal von Guido Cardellin. Freut mich total, dass ihr wieder reinschaltet. Falls ihr den Kanal noch nicht geliked habt, beziehungsweise abonniert habt und das Video noch nicht geliked habt, macht es doch jetzt, das kostet nichts und hilft weiteren Leuten auf den Kanal aufmerksam zu werden und weitere in die Diskussion zu kommen. Heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen und zwar im Rahmen der Krankheiten gibt es natürlich auch die Verletzungen und dabei beim Vogel sehr schwierig und schwerwiegend der Bruch des Flügels. Und genau dazu, zu diesem Flügelbruch, will ich euch heute eine Methode zeigen aus eigener Erfahrung. Ich habe hier in der Nähe leider keinen vogelkundigen Tierarzt, das heißt, es gibt zwar Tierärzte, aber die sind hauptsächlich, kennen sich mit Hunden, Katzen, Pferden aus, aber sehr, sehr wenig oder es ist für mich auch sehr intransparent, ob sie sich mit Vögeln auskennen und speziell dann auch noch mit Waldvögeln. Dementsprechend bin ich auch immer belesen und informiere mich auch bezüglich Methoden, wenn mir irgendwas passiert, erst mal im Internet. Und wie es der Teufel so will, ist mir dieses Jahr im Juni bei einem Estling, das heißt, im gerade ausgeflogenen Jungen ist es mir passiert, dass leider der Vogel sich nachts den Flügel gebrochen hat. Der ist irgendwann mal abgestürzt nachts in den ersten Tagen und hat sich dann im Bodengitter des Käfigs den Flügel gebrochen, vermute ich. Und dann siehst du das bei so einem jungen Vogel und weißt nicht, was machen. Also habe ich mich informiert und habe im spanischsprachigen YouTube einen ähnlichen YouTuber wie mich gefunden, der hier Abhilfe schafft und der mir was erklärt hat, was sehr, sehr viel Sinn aus meiner Sicht gemacht hat. Ich habe euch das Video zu diesem Link für alle Spanischsprachigen, für alle die Leute, die es in Spanisch sehen, in der Beschreibung, in der Beschreibung des Videobeschreibung, und sehen das Video in Spanisch gemacht hat, von einem YouTuber in Spanien. Und für alle Italiener, die vielleicht nicht mehr verstehen, die nicht in der Beschreibung des Todes, aber in der Beschreibung des Spanisch, Hier kurz die Anweisung für Spanischsprachige und Italienersprachige. Habe ich im spanischsprachigen Internet ein Video mit einer alten Schulmethode gefunden, die im Falle von einem Flügelbruch eben auch wirkt. Das Problem ist ja, die Vogelknochen sind sehr, sehr dünn und sehr, sehr brüchig auch. Es gibt eigentlich keinen Gips oder keine Möglichkeit, bei kleinen Finken hier eine Schiene anzumachen. Und es ist überhaupt sehr, sehr schwer, den Flügel dann genau wieder so hinzubekommen, wie er ursprünglich war, um nichts zu sagen, unmöglich. Woran erkennt man das? Der Flügel hängt eben bei dem Vogel so ab. Hier sieht man das auf der rechten Seite, hängt er einfach runter und der Vogel ist komplett aus dem Gleichgewicht und kann sich nicht mehr richtig bewegen. Er versucht zwar zu flattern, aber er kann den Flügel einfach nicht mehr kontrollieren. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das heißt, der Knochen kann ausgerenkt sein. Dann kann man oder da können die meisten Leute dann auch wirklich gar nichts mehr machen. In meinem Fall war er gebrochen. Und zum Glück habe ich dieses Video gefunden, das ich euch unten in die Beschreibung gepostet habe. Wie gesagt, die Methode ist eigentlich eine alte Schulmethode. Die Methode ist eine sehr alte Methode, die aber auch nicht schwierig ist, sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen, vor allem wenn man den Vogel rausfängt. Man muss denken, der Vogel hat einen gebrochenen Knochen. Er leidet vermutlich. Man muss aufpassen, den Flügel nicht irgendwie anders zu bewegen, dass es vielleicht von einem ganz normalen Bruch oder einem Knochenangriss zu einem offenen Bruch wird. Man muss hier wirklich höchste Sorgfalt walten. Und die Methode basiert praktisch darauf, dass man den Vogel oben an der Schulter in einer natürlichen Weise ausrichtet und ihn dann hinten, die Federn hinten nimmt und sie überkreuzt am Schwanz. Das heißt, man nimmt den Vogel und führt den Flügel in seiner natürlichen Position. Sogar vielleicht noch einen Tick über die natürliche Position und packt die Federn dann hinten zusammen und stabilisiert dadurch den Vogel, dass man mit einem Sekundenkleber hinten mehrere Federn, also vor allem die Schwungfedern, die sich überkreuzen, zusammenkleben. Und so wird das Hauptproblem auch des Vogels gelöst, das Gleichgewichtsproblem. Das heißt, er fällt nicht mehr um. Der eine Flügel hält den anderen Flügel hoch und gleichzeitig aufgrund dieser natürlichen Position wird der Knochen vorne an der Schulter sozusagen des Flügels ausgerichtet und bleibt so fixiert. Das heißt, wir bilden eine gewisse Schiene, die den Vogelknochen, den Flügelknochen so ausrichtet, dass er die besten Voraussetzungen hat, zusammenzuwachsen. Was man braucht, ist wirklich einen sehr guten Sekundenkleber. Also jetzt vielleicht nicht gerade den billigsten zu nehmen, weil wenn man die Flügel überkreuzt und festklebt, ist es dann auch wirklich so, dass sie so in der Position mindestens je nach Bruch zehn Targets lieber zwei Wochen so fixiert bleiben müssen. Das heißt, der Vogel, der Kleber muss das Ganze auch halten. Und vor allem beim Einfangen muss man wirklich sorgfältig sein, dass der Vogel sich nicht weiter verletzt. Ihr seht es ja in dem Video, so wie ich das gemacht habe. Tendenziell würde ich es vielleicht heute, würde ich den kaputten Flügel lieber ein bisschen stärker rüberbinden. Einfach, damit er danach noch einen Tick weniger runterhängt. Und dadurch kann dann der Vogel das Gleichgewicht halten. Der Schulterknochen im besten Fall führt sich wieder in den normalen Platz ein, da er so oft fixiert wird. Und da die Vögel einen relativ hohen Stoffwechsel haben, kann er auch schnell zusammenwachsen. Was die Zeit angeht, würde ich mindestens zwei Wochen empfehlen. Ich würde auch empfehlen, den Vogel, wenn möglich, in der Zeit getrennt zu halten, in einer Box vielleicht wie die meine, möglicherweise sogar ohne Stäbe, dass der Vogel gar nicht in Verlegenheit kommt zu fliegen, sondern dass der Vogel von Anfang an sieht, er kann sich nur auf dem Boden aufhalten. Dann will er die Flügel auch gar nicht groß bewegen, zumal er ja da auch Schmerzen hat. Das heißt, er bekommt Futter und Wasser auf den Boden und verbringt dann einfach zwei Wochen auf dem Boden. Nach dieser Phase besteht die Möglichkeit, zu sehen, wie der Zustand ist, ob der Vogel schon wieder versucht, irgendwie zu fliegen. Und dann kann man sich auch vorstellen, beziehungsweise das Ende der Therapie wäre dann, dass man die Flügel hinten, die zusammengeklebten Flügel, auseinanderschneidet und dem Vogel dann wieder das Fliegen ermöglicht. Ich würde das in den ersten Momenten nochmal zwei Wochen, würde ich ihn wirklich in der Box lassen, wo er nicht allzu viel fliegen kann. Vor allem an die, die in Volieren züchten, die die Vögel in Volieren haben, vermeidet hier, dass er sich zu stark beim Fliegen, zu stark zu weite Strecken fliegt, zu stark vielleicht wieder forciert und dann der Bruch wieder aufgeht, sondern lasst ihn erstmal nochmal zwei Wochen in der Box, sodass er einfach vier Wochen einen ausgeruhten Flügel hat und danach kann er dann wirklich wieder in die Box gehen. Das heißt, wir schneiden am Ende mit der Schere ganz vorsichtig die Federn auseinander und schauen dann, wie er sich auswirkt. Der ganze Eingriff, der muss relativ schnell passieren. Nichts was, wo man lange warten sollte. Ich glaube, bei mir hat es zwei Tage gedauert, weil ich vorher gar nicht wusste, was ich machen soll, wie ich es machen soll, habe mich informiert und das hat trotzdem ganz gut funktioniert und das zeige ich euch jetzt noch im Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, wenn ihr neue Ideen habt. Ich arbeite gerade an den Videos zu den Vogelkrankheiten weiter und auch wenn ihr Ideen habt zu dem Video, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Also, mit dem gebrochenen Flügel, der Vogel ist rechts, der ist jetzt auf der Stange. Man sieht es jetzt nicht, aber der fliegt ohne Probleme hin und her. Man sieht, der Flügel hängt ein bisschen runter auf der einen Seite, hier vorne ist er jetzt und kommt wieder zurück, aber der hat keinerlei Probleme. Das ist das Ergebnis. Hier kommt er wieder. Man sieht, der Flügel hängt bis hin runter, aber man kann fast keinen Unterschied erkennen. Es ist jetzt der Vogel auf der linken Seite am Gitter. Hier ist der Vogel, der unterhalb ist jetzt, der auf dem Stab sitzt. Und man sieht, okay, der Flügel hängt etwas runter, aber kein Problem. So, hier ist der Vogel aus dem Video. Das ist mein Hahn, mit dem werde ich auch dieses Jahr züchten. Selbst wenn ihm der Flügel ein bisschen runterhängt, kann er perfekt fliegen und hat wirklich keinerlei Probleme und die DNA passt. Also, die Herkunft kenne ich, das Naturbrot und dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen bei dem Hahn. Und wir sind wieder. So, hier ist der Vogel.